Es war zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als die Menschheit sich endlich eingestehen musste, dass ihr dekadenter und undankbarer Lebensstil das zu zerstören drohte, was sie von jeher als selbstverständlich empfand, ihren Lebensraum. Wir sind nur zu Gast auf dieser Erde und wie Gäste hätten wir uns auch verhalten sollen. Der Klimawandel hat uns unvorbereitet an den Eiern gepackt. In ihrer Panik beschlossen die Regierungen, diese chemische Scheiße in die Luft zu blasen. Innerhalb von sechs Wochen erlagen 85 Prozent der Bevölkerung schweren allergischen Reaktionen. Panik und Anarchie machten sich breit, während die toxische Atmosphäre das Leben auf der Erde zunehmend erschwerte. Oh mein Herr, wieso hast du uns verlassen? Die Nacht ist, was sie braucht. Der Klimawandel hat uns ge который am anderen, und zwar nicht mehr, wie es sie gibt. Wer sieht die Foto aus dem Quellen, die sich untertitelnden ist? Oh mein Herr, wieso? AJA kann ich meine пять. Oh mein Herr, wieso? Was sie kurz in der Wohnung vor Ort. Oh mein Herr, wieso habe ich mir nicht geöffnet? Oh mein Herr, wieso? Ah ja, ich bin eineinhalb der Zeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.